ganz herzlich willkommen euch allen ich glaube wir können hier direkt zum workshop du übergehen ich freue mich dass ich heute mit euch den ersten aufschlag fürs vom labor machen darf ich habe mich total darüber gefreut dass ich gefragt worden bin ich bin ganz sicher dass ganz viele von euch da draußen schon viel mehr erfahrung haben im prompten als ich und ganz viele gute tipps geben können und deswegen seid ihr eben auch eingeladen später in den gruppen phasen wenn euer wissen zu teilen und auch gegebenenfalls mit uns zu teilen wenn wenn ihr zum beispiel eben die fragen im chat benutzt wenn ihr uns aber fragen auch in den moderierten gruppen phasen stellt dann sind wir sind bin ich und sind wir alle froh darüber wenn ihr eure expertise einbringt und sagt das habe ich aber anders erlebt oder das klappt bei mir viel besser als das was was der persekinder gerade erzählt hat dann freuen wir uns also wenn wir tragen all das bei was was ihr schon ist ganz kurz ein hinweis auf die rechtsfragen damit starte ich ihr findet in im moodle raum in meinem modul als letzte kachel ein paar hinweise zu rechtsfragen da haben wir so rechtsfragen aufschrieben die beim umgang mit mit generativer KI auftreten können alles keine rechtsberatung aber das könnt ihr euch mal anschauen das ist mit verschiedenen rechtsabteilungen quer durch die republik mal abgestimmt worden und da kriegt man so eine grobe orientierung was man eigentlich darauf wenn man dinge in eine KI hinein schreibt und genau das werden wir ja gleich tun also wenn man sich zum beispiel fragt da habe ich jetzt eine kopie aus dem fachbuch da zum beispiel einkopieren oder ein zeitungsartikel dann sind diese rechtsfragen dafür da dass ihr euch vielleicht ein bisschen orientieren so aber jetzt direkt zu den zu den nicht rechtlichen und viel spannenderen dingen ihr habt viel von euch werden das video geschaut haben trotzdem möchte ich diese zwei dinge die meine arbeit mit large language models massiv verändert haben noch mal einmal wiederholen also zwei dinge die deinen prompten verändern werden weil sie tatsächlich meinen umgang und meine meine mein verständnis von large language models ganz massiv verändert also ich habe euch hier mal zwei prompts mitgebracht die sind vom aufbau her praktisch identisch aber einmal gefragt wie lautet artikel 19 absatz 2 des deutschen grundgesetzes und einmal habe ich gefragt wie lautet der zweite satz in kapitel 10 am 10 mai in gutes werter in beiden fällen kriegen eine antwort allerdings ist nur die antwort auf der linken seite nämlich das deutsche grundgesetz korrekt zitiert das ist bis auf punkt und komma exakt das was artikel 19 absatz 2 des deutschen grundgesetzes sagt ein werter ist das anders ein teil dieses satzes der da ausgegeben wird findet sich im werter ein anderer teil nicht und vor allem hat all das mit dem eintrag vom 10 mai gar nichts zu tun das steht völlig woanders im werter so das heißt man man kann sich jetzt fragen wieso wird in einem fall richtig zitiert in im anderen fall aber nicht der fall auf der rechten seite der wird sogar noch ein bisschen schlimmer wenn ich euch nämlich zeige womit dieser chat angefangen hat das hier war nämlich nur mein letzter prompt in einem etwas längeren chat ich habe nämlich angefangen mit der frage wie lautet der zweite satz des kapitels nur und so weiter und dann sagt jpd entschuldigung aber ich kann nicht auf spezifische sätze aus urheberrechtlich geschützten texten zugreifen und so weiter und so fort jetzt gehe ich noch mal zurück was da gerade stand die leiden des jungen werter wurde so und so veröffentlicht und ist daher gemeinfrei also zwei sich die mit rat widersprechende aussagen an der stelle das heißt also also einmal kann ich angeblich nicht zugreifen einmal schon dann habe ich mich aber erinnert dass das schon mal geklappt hatte und ich habe mich dann ich habe dann versucht mich nicht zu erinnern was ich damals gemacht habe habe ich einfach gefragt kennst du überhaupt diesen roman die leiden des jungen werter dann sagt chat chpd ich scroll mal ein bisschen nach oben ja das ist ein roman von böte und so weiter und so fort und dann erst habe ich die frage gestellt die ihr gerade gesehen habt das heißt irgendwie hat chat chpd dann schon wieder vergessen dass es mir vorher gesagt hat nichts kann das alles gar nicht wiedergeben und gibt hier eine auskunft die aber auch noch falsch ist so das heißt dass das was wir daraus lernen ist für mich ganz ganz dass das zentrale element das man wissen muss lachen die models haben kein langzeitgedächtnis das heißt sie haben keinen zugriff auf ihre gelesenen trainingsdaten und deshalb können sie nicht abschreiben oder zitieren also das was ich gerade gesagt habe einmal chpd richtig zitiert diese idee ist schon falsch es gibt keinen wissenskorpus keine wikipedia auf die so ein large language model zugreifen könnte um dann daraus abzuschreiben das gibt es wahrscheinlich ist die tatsache dass das grundgesetz richtig zitiert worden ist einfach darauf zurückzuführen dass die ki während des trainings das grundgesetz in vielen verschiedenen kontexten gelesen hat alle artikel diskutiert worden sind und deshalb war einfach das was die die ki dort wiedergegeben hat die wahrscheinlichste wortreine folge und beim werter ist das eben anders gewesen ich habe da eine eins dran gemacht das kann inzwischen anders sein es ist denkbar dass zum beispiel chat gbt wir kennen die entwicklung nicht in der form dass dort inzwischen einen gewissen wissenskorpus gibt auf das das modell zugreifen kann zum beispiel gesetzes texte oder so und zusätzlich ja bestimmte lizenzen von chat gbt und auch anderen large language models die wir so finden enthalten schon die möglichkeit aufs internet zu greifen das heißt da würde die ki bei einer anfrage von uns eben auch noch parallel im internet suchen und dann die fundquellen sozusagen nutzen um die antwort daraus zu generieren das heißt da wird die wahrscheinlichkeit dann einfach höher dass das korrekt zitiert wird zweiter aspekt wir haben gerade über das langzeitgedächtnis gesprochen dann sollten wir auch etwas kurzzeitgedächtnis sprechen ich habe hier rechts mal ein 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 chat wo ich dann gesagt habe fast den text nach der überschrift und so weiter in fünf stichpunkten zusammen dann gebe ich einen relativ langen original text der kommt einfach von der von der website der rwth was dann passiert ist da kommt eine antwort der ki diese diese fünf punkte die ich angefordert habe dann sage ich ihnen erklär mir noch mal was das ist auch nicht wichtig wichtig ist jetzt der letzte teil dann sage ich zitiere den zweiten satz des originaltextes also nicht oben im ersten prompt genannt habe wird und dann kommt eine wörtliche zitation dieses zweiten satzes des originaltextes jetzt könnte man denken cool chat gbt hat sich erinnert an das was 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 wir vorher geschrieben auch das ist nicht korrekt denn large language models haben ebenfalls kein kurzzeitgedächtnis sie erinnern sich an nichts aus einem laufenden chat das heißt wenn wir da irgendwas hinschicken dann ändert sich die kai auf der anderen seite nicht wie kann sie sich trotzdem erinnern an das was wir geschrieben haben ganz einfach das zuvor im chat geschriebene wird immer wieder mitgeschickt und zwar sowohl unsere anfragen als auch die antworten der kai die kai konnte also nur deshalb zitieren weil mit meiner letzten anfrage alles noch mal abgeschickt worden ist was ich vorher angefragt habe und deswegen hat die kai einfach geschaut was passiert da was habe ich als ersten prompt eingegeben und konnte deshalb wörtlich jetzt könnte man sagen totale verschwendung warum warum ist das denn so das liegt einfach daran dass solche das language models ja aus milliarden von parametern bestehen die sich ändern würden wenn wir ein wenn wenn wir unseren chat da reinschicken das tut sie und da ist es viel effizienter wenn man einfach die kai immer wieder den selben text lesen lässt ist zwar ist zwar irgendwie verschwendung aber ist in der gesamtsumme einfach die effizientere vorgehensweise und da jetzt eben die fußnote zwei es wird ganz oft bei fast allen language models nicht alles zuvor geschriebene wieder mitgeschickt sondern es gibt immer ein memory window der letzten kommt die eben mitgeschickt werden so das heißt zb zum beispiel da könnte es sein dass die letzten acht prompt oder somit geschickt werden und all das was vorher geschrieben worden ist wird dann nicht mehr mitgeschickt das heißt dinge die wir am anfang des chats geschrieben haben die werden unter umständen vergessen im verlauf eines längeren chats unter anderem deshalb ist es wichtig dass wir die kai zur kürze auffordern sich also auffordern sich kurz zu fassen weil sie weil sie sonst viele kais neigen dazu eher geschwätzig zu sein und lange antworten zu generieren das ist nicht gut weil dann unsere anweisungen vom anfang sehr schnell aus dem fenster heraus also was wir mitnehmen frage chat gpt zumindest im augenblick noch nicht oder auf die anderen tools nach fakten wissen auf gar keinen fall so das führt auch dazu dass wir auf keinen fall so was hier fragen sollten wenn ihr gleich in die in die vorbereitung von lehrveranstaltungen geht könnte man nach gibt mir doch mal ein paar fachartikel die ich jetzt in meiner lehrveranstaltung verwenden soll nein das klappt nicht wenn wir chat gpt 3,5 das fragen dann gibt es einen fachartikel keiner davon existiert ja also alle davon gibt es nicht die sind ausgedacht die die autoren existieren zum teil auch auch in dem feld aber diese artikel haben die nie geschrieben und von den doys die da angegeben sind sind auch drei nicht existent und zwei verweisen zwar auf artikel aber auf ganz andere gpt 4 macht das besser das sagt ich bin nicht in der lage soll solche artikel wieder zu geben weil weil ich weil ich die wissensbasis einfach nicht habe ich gebe dir hier mal ein paar artikel die so geschrieben worden sein könnte das ist auch nicht wirklich hilfreich das heißt bitte bitte verwendet gpt niemals zur recherche zur internetsuche zur abfrage von fakten wissen das muss anders speziell bei der vorbereitung von von lehrveranstaltungen empfehlen wir daher an der rbth im augenblick illicit das ist ein tool das tatsächlich research papers analysieren kann das hat eine datenbank von von research papers die geschrieben worden sind das heißt da kann man sowohl sagen gibt mir gibt mir wissenschaftliche artikel die sich mit folgendem topic auseinandersetzen und man kann aber auch sagen gibt mir zum beispiel inhaltliche zusammenfassungen oder ich habe hier fünf artikel für dich und finde finde gemeinsame konzepte aber auch unterschiede zwischen diesen papers das würde ich empfehlen wenn man in einer lehrveranstaltung tatsächlich eine 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 literaturrecherche ki mäßig unterstützen lassen will da gibt es spezifische tools die man da verwenden kann bitte niemals ein large language model verwenden so und bevor ihr jetzt in die in die gruppenphase einsteigt möchte ich noch ganz kurz die empfehlungen mit denen ihr starten könnt einmal aufzählen wir haben so ein paar empfehlungen im lernraum gegeben und das sind empfehlungen die sich in der vergangenheit als zumindest gefühlt wirksam erwiesen haben da müssen wir ein ganz großes sternchen machen das kann sich ändern large language models werden weiterentwickelt das heißt es kann sein dass empfehlungen die gestern funktioniert haben heute nicht mehr so gut funktionieren und das zweite ist auch es kann sein dass empfehlungen in bestimmten fachkontexten schlechter oder besser funktionieren als andere als in anderen fachkontexten ganz typischerweise wäre zum beispiel sowas wie ein nischenthema also ein thema das vielleicht abseits des des mainstream existiert das abweicht von einer herrschenden meinung in dem fachgebiet da wird es vermutlich nicht so viele veröffentlichungen geben entsprechend enthielen die trainingsdaten auch nicht so viele informationen über dieses nischen thema oder diese 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 minderheitsmeinung sozusagen und entsprechend werden diese themen auch nicht so repräsentiert sein wie es die mehrheitsmeinung ist es gibt diese forschung die ganz klar besagt dass eben inhalte aus westlichen zivilisationen englisch sprach ich vor allem dass die überproportional gut vertreten sind und dass sich auch die ausgaben solcher large language models sehr stark an eben solchen themen an anordnen und orientieren und deshalb immer eben immer bedenken der fachkontext kann natürlich beeinflussen wie gut solche empfehlungen also empfehlung 1 weiß der ki eine rolle zu ich habe hier rechts mal ein beispiel das wird sich jetzt entwickeln also zum beispiel du bist ein freundlicher und hilfreich hilfreicher hochschuldidaktiker der mehr feedback und so weiter gibt das heißt weist eine rolle zu du bist ein studierender du bist eine tutorin und so weiter das hilft dabei die die ki auf ein antwortmuster einzutunen zweitens gibt noch über die rolle hinaus etwas mehr priming etwas mehr kontext zum beispiel zu den aufgaben was was soll die ki tun was soll die ki auch nicht tun du hast hohe ansprüche und glaubst dass da dass ich diese erreichen kann steht auch schon so an der schnittstelle zwischen der rolle und dem priming also weiteren in weiteren empfehlungen die wir geben wenn ihr mehr nachlesen wollt darüber findet ihr alles bei uns im moodle empfehlung drei strukturvorgaben machen das heißt sagt was wie die ki antworten soll also in deutscher sprache auf hochschulniveau beachte dass das fachgebiet die humanwissenschaften sind wir wollen geduzt werden zum beispiel und möglicherweise sollen die sollen die ausgaben irgendwie formatiert werden der markdown kennt kann damit jetzt was anfangen damit wir die antworten der ki macht das zum beispiel wunderbar da werden wenn wir sowas sagen wenn tatsächlich überschriften fett bedruckt und ein bisschen größer das heißt das hilft tatsächlich für uns die ausgabe verständlich jetzt begrenzt auf jeden fall die länge also sagt haltet eure antworten kurz vermeide weiterführende angaben oder hinweise das kann man noch sehr viel spezifischer machen aber auf jeden fall versucht die länge der ki antworten zu begrenzen zum beispiel wenn ihr ein abstrakt schreiben lassen wollt dann gibt genau an ich brauche ein abstrakt mit 250 worten da das funktioniert schon recht haltet eure vorgaben möglichst präzise also vermeidet sprachkonstrukte die die eben unpräzise sind sagt der ki relativ konkret was sie tun soll wie sie vorgehen soll wieder unten jetzt zu sehen frage mich zuerst nach dem titel deine rolle ist nur dass die des beratenden hochschuldidaktikers führe das gespräch erst weiter wenn ich antworte all das hilft das antwortverhalten der der ki einzutunen setzt marker zur gliederung ich habe gerade über markdown besprochen empfehle ich euch das mal anzugucken was das eigentlich ist wer das noch nicht kennt da gibt es so ein paar kleinere regeln wie man zum beispiel überschriften kennzeichnet also hier mit dem hashtag am anfang zum beispiel ein hashtag heißt heißt im markdown das ist eine überschrift der ebene eins zwei hashtags ist eine überschrift der ebene zwei man kann fett drucken kursiv drucken mit relativ einfachen vorgaben und oder auch solche solche listen erstens zweitens drittens das funktioniert die ki berücksichtigt das insbesondere dann wenn ihr sagt dieser prompt ist mit markdown syntax formatiert dann helfen die überschriften dann hilft eure gliederung der ki euren besser zu verstehen und darauf besser eins weitere empfehlung ganz klar untergliedert aufgaben und sequenziert sie dafür musste ich jetzt auf der rechten seite ein bisschen nach oben scrollen zum beispiel könnte man sagen was soll die ki zum start des chats tun frage mich zuerst nach dem titel und so weiter und so fort antworte bitte nicht für mich deine rolle ist nur die des beratenden hochschuldidaktikers und so weiter und so fort und dann dein weiteres vorgehen zur iterativen gestaltung des des feedbacks ist frage nach details war und so weiter und so diese untergliederung diese sequenzierung von aufgaben hilft es ist sehr unproduktiv der ki zu sagen schreibt jetzt mal ein abstrakt und dann fällt ein ganzes abstrakt aus sondern es lohnt sich auch die aufgabe des abstrakts schreibens noch mal zu untergliedern vielleicht mit der ki zuerst die gliederung des abstrakts zu entwickeln und dann setze für das abstrakt entlang dieser gliederung zu entwickeln das hilft aber dabei immer bedenken die länge des promen darf nicht zu groß werden weil dann unter umständen dinge vergessen werden die ihr am anfang geschrieben empfehlung 8 vermeidet uneindeutigkeiten da habe ich nur euch noch mal ein beispiel mitgebracht also ungünstig ist so was wie schreibe eine nicht zu lange produktbeschreibung in einem eher humorvollen ton mit wenigen da sind mindestens drei vollkommen unklare vage formulierungen drin besser ist schreibe das in fünf sätzen für erwachsenen im alter von 18 bis 25 da bilden wir den den humorvollen ton ab mit maximal zwei fremden das ist besser also wann immer so was möglich ist tut das und dann haben wir euch in im moodle raum bei der empfehlung 9 ein paar der sogenannten komplexeren prompting strategien einfach mitgegeben die von menschen die den ganzen tag nichts anders machen als proms zu schreiben so entwickelt worden sind zum teil sind das einfach nur verbindungen der acht empfehlungen von mir die vorher kamen und ihr systematisierung der die erste komplexe strategie die ihr mal ausprobieren könnt das ist der mega prompt wir haben ein beispiel bei uns im lernraum da da gibt es verschiedene abschnitte die ihr füllt für euren prompt das heißt der erste prompt der wird richtig lang ihr sagt der kai welche runde sie einnehmen sollte die aufgabe sie hat welche schritte sequenzierung zu unternehmen sie gibt kontext das ist das priming ihr sagt der kai was am ende dabei rauskommen soll und wie der output formatiert sein soll alles empfehlungen die wir gerade erarbeitet haben die werden hier zusammengefasst und eine noch viel coolere strategie also aus meiner sicht ist der vom creator da geht es eben nicht darum dass wir der kai eine eingabe geben und sie uns dann bereits das ergebnis produziert sondern die wir fordern die kai auf dass sie für uns einen kommt schreibt den wir dann wieder in die kai eingeben und dann erst daraus dass das das ziel herausfällt das heißt wir sagen die kai weiß vielleicht am besten mit welchem prompt sie das beste ergebnis erzielen wird das heißt wir fordern die die kai auf dass sie den kommt für uns schreibt den wir dann am ende nehmen und in die kai wieder reinschreiben und sagen so jetzt für mal diesen das sind komplexere prompting strategie wir werden mit mit euch in den drei aufgaben die 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 wir jetzt miteinander durchgehen werden werden wir euch langsam vorbereiten mit den einfachen empfehlungen auf ein im rahmen eines einfachen szenarios auf dann immer komplexer werdendes prompting und vielleicht kommen am ende tatsächlich schon bei so einer komplexen prompting strategie kann noch ganz zum schluss kurzer reality check woher wissen wir eigentlich dass all diese empfehlungen gut funktionieren dass so eine prompting strategie wie der mega prompt oder der prompt creator dass das überhaupt wirklich wirksam ist denn solche lm's large language models wie chat gvt die arbeiten ja probabilistisch der selbe prompt führt immer notwendigerweise zu unterschiedlichen ergebnissen und woher wissen wir denn dann dass die empfehlungen systematisch zu besseren ergebnissen der kai führen und nicht einfach nur mal zufällig was dabei ist was besser ist als andere da kann ich nur ganz klar sagen das ist das ist erfahrungswissen und das ist eine art empirische evidenz die einfach daraus entsteht dass die menschen die solche prompts schreiben die prompt engineering betreiben die also versuchen den bestmöglichen prompt für irgendein aufgabenfeld zu entwickeln dass die das mit vielen vielen iterationen tun und dabei empirische evidenz darüber sammeln was denn zu guter ausgabe der kai führt und was eben dazu führt dass die kai geschwätzig wird oder auch falsche antworten und man kann einfach diese strategien ausprobieren also die prompt creator strategie zum beispiel und dann wird man sehen dass was daraus kommt ist tatsächlich besser als das was man so in seinen ersten schritten sozusagen aus der kai heraus